Hi, hier ist wieder der Cybert XFZ und ich möchte euch heute mal ein kleines How-To-Industrial-Tanz-Video vorführen. Ich kann es noch nicht so gut, aber ich bin dabei zu lernen und ich zeig euch jetzt einfach mal ein bisschen so, äh, ja, wie ich tanze. Guten Tag. Wir unterbrechen das Programm für folgende Melkungen. Heute wurde im Frankfurter Robotraum ein 15-jähriges Mädchen-Ton-Aufmann. Wie sich speziell herausstellen, er starb sie in einer Lepidosis Kokain. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.